Morgen, Melo. Charolio, wie geht's? Gut, selber. Fertitua? Ja, das ist schwierig. Für mich ist es sehr wichtig. Alles muss ordentlich sein für mich. Ah, ganz klar. Nein, unmöglich. 100 Prozent. Jetzt pro Tag ist es aber vier Stunden pro Tag. Ja, diese Woche. Drei Stunden, vier Minuten. Ja, das ist... Ich muss sagen, okay... Schaffen wir einen richtig zu machen? Wieder nichts? Nein. Jockey ist eine schwierige Frage. Ja, ich schlafe pro Nacht. Wir kennen uns gut, aber wir schlafen nicht zusammen. Naja... Aber ich schlafe pro Nacht acht Stunden. Zuhause, wenn ich zuhause bin. Ja, ich meistens so siebeneinhalb. Und ich mache auch Nappi nach Mittag. Okay. 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 Okay.